Kann ich so weiterspringen vielleicht? Okay, aber es funktioniert. Ihr habt es gesehen. Es funktioniert. Also mit Sprinten kommen wir da. Okay, alles klar. Alles klar. Okay. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Boah, war das eine schwere Geburt. Nein, es ist die. Na, Gott sei Dank. Boah, das wäre es jetzt gewesen, ne? Boah. Köcheln mit großer Flamme. Meine Güte, ich dachte schon, das wäre es gewesen. Oh, alles nochmal. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin fertig. Boah, Leute, das war schwierig. Das war schwierig. Oh Gott, jetzt geht das Abenteuer erst richtig los, glaube ich. Salzhaufen. Das ist der Zucker. Oh, okay. Von hier aus können wir jetzt sehr viel machen, glaube ich. 24 von 100. Wir müssen jetzt erstmal eine Menge sammeln gehen. Das dort ist wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit, weil wir hier noch sehr viele Wege haben, die wir von hier aus erreichen können. Hm. Scheint eine Sackgasse zu sein. Ah, wir haben hier Währung gefunden. Dafür los ist es hier schon, Käppi. Huah. So. 32, okay. Da oben ist übrigens die Insel, auf der wir waren damals. Als wir hier hin den Weg gefunden haben. Da vorne ist da noch ein Hut. Beziehungsweise eine Hut-Tür, wo wir noch durch können. Okay. Und sieht mal hier. Döööööööööööööööööööö. Salzinsel in der Lava. Na komm, blubbel, blubbel, blubbel. Einmal Speed, bitte. Und. Dann eben so. Okay, und rein da. Da, 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 da! Du. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ich bin gar nicht bescheuert, ne? Nein! Das war nicht geplant! Toll! Ich wollte eigentlich meinen Stick nur nach unten bewegen, weil ich mich umgucken wollte. Stattdessen habe ich jetzt geschnippt. War jetzt nicht so toll. Das war 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 nicht so toll. Okay. Huwhah! So ab und zu eure Becken, genau. dann können wir hier nochmal 1 2 3 genau ok ich muss einmal auf den hohen geschwülz darauf nein gerade zusammen gebrochen ok die bleiben nicht immer oben ich muss müssen aufpassen jetzt muss ich drauf perfekt jetzt muss ich warten jetzt muss ich hier drauf jetzt muss ich warten jetzt muss ich rüber ok wir brauchen unbedingt das fleisch da oben um unseren schlemm eintopf den letzten pfiff zu verleihen irgendwie habe ich das gefühl dass der vogel über den vulkan es sich schnappen wird du fragst dich wo der mensch wohin es mariniert ist ganz einfach wir legen es in salz ein bevor wir es dem gericht zufügen das verleiht dem ganzen noch etwas mehr pfiff köstlich und macht es haltbarer konservierung ok wenn wir ein paar goombas nehmen wir gar nichts was ist denn hier käse macht mir hier käse warum ist da käse ok da ist auch käse gut schicke friese oh yeah ok wir können jetzt käse zerstören sehr fabelhaft vor allen dingen weil hier hinter auf jeden fall was versteckt ist war ja klar ne die niederlage ist vorprogrammiert ist das nicht toll so 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 hoch auf die käse felsen okay meine frage ist nur wo sind die restlichen dinge noch drin irgendwo okay hätte ich jetzt gedacht So, fehlen noch zwei Stück Hier Immer noch zwei, okay Fehlt noch eins Wo ist denn das? Hier Da 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 Wo ist das letzte Stückchen? Da oben drin noch nicht, oder? Hä? Leute, bin ich grad ein bisschen doof, oder? Ist das irgendwo reingefallen? Wo soll denn hier bitte noch eins sein? Da kommt es als Belohnung, wenn ich alles zerstört habe Da kommt es als Belohnung, wenn ich alles zerstört habe was hier sicher ist. So, gehen wir auf in der anderen Seite ab. Na, okay. Alles klar. Wer kommt noch? Die Idee, da drunter zu gucken. Meine Güte. Wie gemein. Okay, wir haben es gefunden. Alles gut. Huiui. Ausgrabung in den Käsefelsen. Ja, das ist wahr. Das wäre echt eine Ausgrabung. Ich werde total ausrasten hier. Oh, yeah. Da, 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 da. So. Da, 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 da. Da, 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 da. La, la, la. Unter den Käsefelsen. Topf auf dem Vulkan. Tauch ein. Oh, das sieht aber nicht gut durchgerührt aus. Und da sehe ich schon den Multimond. So, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen sammeln gehen. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Was hat denn gefehlt? Hallo? Ich bin hier, um die Risse im Boden zu reparieren. Aber wie der Zufall so will. Ich habe Höhenangst und traue mich nicht weiter. Ich wünsche mir wird jemand helfen. Kann ich gerne machen. Was ist das denn da? Wo kommt denn die Paprika her? Wo kommt die Paprika her? Ich sage, wir gehen gleich auf den Grund, sobald wir hier die Löcher repariert haben, die Risse. Reckere Paprika. Was ist das? Nein, hier ist noch einer. Perfekt. Alle Risse repariert. Bitteschön. Habe ich gerne gemacht. Was zum Teufel. Boah, ich habe die gehasst, ne? Ich habe die wirklich gehasst, ne? Ist kein Spaß. Unter dem rollenden Gemüse. Für wahr, für wahr. Ein bisschen verwirrend. Blubb. Blubb. Und da sieht man hier. Ist das... Hä? Ist das das Schloss? Was? Was für ein Trepp... Was für ein schöner Ort. Das Pilzkönigreich. Mit einem Kamin. Hallo. Ich bin leider nicht zu Hause. Befinde mich gerade im Pilzpalast. Hoffe, du brauchst meine Hilfe gerade nicht. Yoshi. Och nee. Wie süß ist das denn? Hier wohnt Yoshi. Oh. Okay. Ich denke mal, das wird dann am Ende als Bonus freigeschaltet. Oder das ist dann das finale Level, oder? Das ist ja geil. Und das hier ist Yoshis Insel. Wie süß ist das denn? Ich denke mal, es wird dann entweder am Ende als Bonus sozusagen, wenn wir das Spiel durchgespielt haben, noch als zusätzliche Welt freigeschaltet. Oder es ist dann die Welt, in der das Finale stattfindet. Oder das Land des Finales. Wie auch immer. Wie auch immer. Okay, ich habe gerade irgendeine Note echt vergessen. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Notenjagd im Lavabatt. Oh ja. Oh nein. Eine Herausforderung ohne Käppi. Das ist ja lustig. Nicht. Oh wei. Nein. Nein. Also die Jump'n'Run-Einlagen werden wirklich schwieriger, ne? Das ist cool. Da 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 da. Boah. Nein. Ich glaube, da muss ich mich irgendwie hängen lassen, oder? Oh wei. Das wird ein Spaß. Da 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 da. Wir schauen uns. das war jetzt aber sehr knapp ne das war jetzt aber wirklich sehr sehr knapp notenjagd drehwurm absolut uiuiui mit drehwurm und danke stimmt ja sogar oh man schwitzige finger incoming mehr war ich nicht da habe ich auf jeden fall schon mal eine übersehen ich frage mich da oben dran kommen ok ok machen wir das hier auch direkt haben wir es auch geschafft was ist es übers ziel hinaus geschossen nenne ich das mal Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Hey, du da. Pst. Mario, stopp. Beruhig dich. Okay. Oh yeah. Beherzte Magma-Sprung, beherzte Magma-Sprung, genau. Na gut, bisschen Fingerspitzen-Gefühl, dann geht das hier voll klar. Ich brauche wirklich nur eine freistellbare Kamera, dann ist alles okay. Okay, Münzmower ist nicht so viele, ist alles gut soweit. Schmaler Magma-Fahrt, kein Problem. Okay. Nehmen wir mit die Sterne, die Monde, ich sag, ah, es tut mir leid, wenn ich immer Sterne sage. Au. Ja, klar, Junge. Okay, dann muss ich dafür die beiden Tomaten richtig eliminieren. Bitte eine hier hin, eine Flamme. Oh, es war ganz knapp, ne? Fast verbrannt. Und, all right? Und, drilling... Laternenlicht auf der kleinen Insel. Oh yeah. Oh, war wieder sehr knapp. Oh nein! Nein! Dreifach ärgerlich. Oh nein! Ach du, angst, angst. Jetzt brauche ich einfach eine Flamme, bitte. Alles vorbereitet, liebe Flamme. So. Hau ab mit deiner blöden Pfanne, Mensch. Ist da oben der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Weißt du, Bruno, was ist denn versteckt? Nein! Oh, nein! Oh, ich habe noch gar nicht gesehen, dass da Lava ist, beziehungsweise eine Lücke. Oh, oh! Oh, 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 oh.